Hallo Leute, zum anderen Teil von der Auflösung vom letzten GIF-Rail. Und wie ihr es schon seht, ich bin schon mal in der Seite sungrayseries.com oder wie das auch ausgesprochen wird. Hab schon Video-Link eingegeben. Hab schon Kommentare geladen. Jetzt muss ich nur noch randomly picked winner drücken. Jetzt kann ich ja gut. The most liked? Okay, ich würde gerne Micropray counten. Ähm, es ist mir leid, aber das ist der Fake Gewinner. Ähm, Banatwi, falls du jetzt nicht gewonnen hast, keine Ahnung. Sorry, dass ich dir Hoffnung gemacht habe. Aber na gut, ich ziehe jetzt. Was ist das? Ein Bachwunsch-Reich, wer sie macht. Ähm, ich verräumt dich. Ich hätte gern die 10 Mopt-Accounts hier zusammen gehen. Und, ja. Hier geht's nicht. Ob ich schon sobreCómoler und wenn ich das nicht geschlecht habe, ist wenn man nur diesen Team fährt. Die 9-Mopt-Account. Okay. Warte. Warte. Okay, da wollte ich jetzt die auf Gamma gehen. Warte, bekommst du, ne? Die sind die anderen, die wahrscheinlich auf Gamma und du waren zu. Okay. Und du hast, also als zweites geworden sind, gratis zum Glückwunsch. Ich muss erst mal das Sprichwort machen. Ich bekommst ein weiteres von diesem Glück. Kann man nie nachlesen. Ich würde meinen Account gewinnen, weil ich mir Minecraft nicht kaufen darf und weil ich gerne zocke. Das zeigt den Smiley. Okay. Und dann herzlichen Glückwunsch an euch beide. Ich werde euch demnächst kontaktieren. Mein erster Gewinner war Yasin. Der wollte ja nicht mehr auf der Account. Also in der Falle gehen. Und er hat Jan mitgeschrieben aus seinem Möbel. Also er bekommt den kompletten Equest. Und dann auch die Spotify-Accounts und die Online-Accounts. Und das nicht abschalten Leute, ihr habt zwar nicht gewonnen, aber es gibt ein neues Gefühl. Ich habe auch Twitter. Ich blende es euch gerade jetzt mal ein. Ich heiße At The Beak. Ne. At The Unterstrich Unterstrich Beak. Und jetzt gibt es noch eine Verlosung. Und jetzt wieder derselbe Hauptgewinn wie beim letzten Mal. Also genau dasselbe. Das waren 10 Netflix. Äh, nicht Netflix, sondern 10 Spotify, 10 Neurigim, 10 Minecraft-Accounts und 10 GOMMA-Alls. So, ich sag mal haut rein, abonnieren und like nicht vergessen. Die Teilnahmebedingungen stehen in der Videobeschreibung. Tschüss Leute. Tschüss Leute. Tschüss Leute.